Ja, die ist schon bewertet, die Map Machen wir noch mehr? Ja Eine machen wir noch Cliffside Ok, was auch das ist Ah, da haben wir Eine relativ geringe Auswahl Sturmangriff Das sind auf jeden Fall alles Fanmaps Schmacki schießte Guck 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 Okay. gut positioniert von hier aus kann man auch keinen Gegner sehen können weiter Oh Hatsack hier Das wäre geil, die eigene Farquay-Map nur hochzuladen. Das ist bestimmt nicht in zwei Stunden gemacht. Es gibt denn die Dormit Farquay-Tzen, die nicht in die Farquay-Tzen sind, die nicht in die Farquay-Tzen sind. Ah... Ich bin am Krippchen. Ja, ich war auch gerade fast tot. Ich bin tot. Wieso bin ich nicht in Denkung gegangen, ihr Idiot? Egal, machen wir nochmal. Ich hoffe, in Farquay 6 gibt es auch eine Arcade-Funktion. Ja, das macht ziemlich Spaß. Oh, WTF, ich mach die Tür auf! Ja, vor der Tür stand so ein Penner. Oh, ist das unbedingt bei unbelegen. Das fand der Spieler wohl lustig. Ich will dich nicht holen müssen! Aber interessante Map, wie er da gestaltet hat. Oh, definitiv. Ja, jetzt kann ich endlich wieder mit V. Aus dem Titterhakenpunkt. Danke, Herr Steller. Ich hab noch viel Freiraum zum Klettern, das gefällt mir. Dieser verfickte gepanzerte Hurensohn! Ah! Ich möchte am liebsten sterben hier. Krabst du? Ich bin schon hier drüben. Oh, ich töte mich. Ich kann das gar nicht sehen, wenn ich da liege. DUMME WICHSE, Alter! DUMME WICHSE, ALTER! Du sollst doch nicht loslassen, du dummer Penner. Nimm doch das Seil. Lass mich doch nicht von dir niederballern. Halt die Schlauze, Barfeuys! Halt die Schlauze! Was ist denn da los? Was sind die Gegner? Ich hab was rumgeschmissen da in die Bude. Gab's ein Feuerwerk? Ich bin fast mit einem Feuerwerk grepiert. Ich bin fast mit einem Feuerwerk grepiert. Oh nein. Nein! Meine Fresse, Alter! Ich bin fast mit einem Feuerwerk grepiert. Ich bin fast mit einem Feuerwerk greifen. Ich bin fast mit einem Feuerwerk greifen. Was ist denn das für ein Bixer da oben? Ich bin fast mit einem Feuerwerk greifen. 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 Ich hab' ja alle schon kalt gemacht. Auch auf der Insel die Wixer. Kommt hier die Früchtchen. Ah! Nimm das! Ich... Ach! Wenigstens hab ich ihn gekillt noch. Erstmal... Erstmal ihn zum Explodieren bringen. Oh ja, gib den her. Er darf ja keinen Zivilisten töten. Oh, ich hab ihn mal angebrannt. Was seh ich da hinten auf der Karte für ein Symbol? Hm? Was seh ich da hinten? Oh ja, gib mir das! Was ist denn da? I'm coming, bitches! Ach, da oben sind noch welche! Okay! Kommt raus hier Dixer! Ich dachte wir wären fertig, ach da oben! Was ist denn noch da? Wo steckt ihr? Wo versteckt ihr euch da unten? Was? Was? Ich bin ruhig, Tim! Aber machen wir noch eine wegen des Geldes! Jop! Aber danach geht's da weiter. Aber das macht ziemlich viel Spaß. Ich liebe den Helikopter. Ich liebe den Arcade-Mod. Ach, als hat er uns die gleiche Nightmare gegeben. Ja, AHH! Ich komme aus dieser Scheißtür nicht raus! Ja, weil der Spieler so ein Wichser war und anscheinend da... ...Gegner pastiert hat. Achso, wollt ihr spielen? Na warte, ihr stinker. Jeder in der anderen Insel? Hä? Ich schnapp erst... Fuck! Erstmal mein Spielzeug schnappen da rum. Da! Ich bin runtergefallen. Aber ich bin noch im Leben. Jetzt spielen wir Entenjagd, ihr Wichser. BTF, jemand versucht mich durch die Wand zu hauen! Kratos, bist du's! Oh, ihr Wichser! Scheiß. Tot? Ja. Sagen sie alle. Spielefahrer. Spielefahrer. Ah, da bist du ja. Spielefahrer. Naja. Wenigstens ein paar abgeschossen. Sind die anderen Früchte immer dran? Jetzt ist der Heli-Lex. Schade. Ah, das gibt's doch nicht! Ah! Heil mich bitte! Mann! Das gibt's doch nicht, ey. Als ob die Potza mich da oben treffen kann. Und ich mit ner verfickten Sniper nicht Paroli bieten kann. Ich hab schon gesehen, wer das war, den ich grad abgeschossen hab. Den Pennern. Ja! Das ist mein Kill! So! Weiter geht's! Danke! So, die Penner am Sticksten auch tot. So! Schönes Feuerwerk. So! Sag zu deinem Helm liebe Wort. Zu deinem Leben auch! So! ja das ist doch eine viel bessere wache oder unhockt der Penner das wäre nix du scheiss Sniper da sind die hallo oh wo bist du denn Hitsi Pieper im Markt oh du Wichser wo ist er denn? auf der Insel drüben ich hör bei mir stimmen die ganze Zeit da ach pass auf da ist der Flammenweffertyp oben Sniper hinter dir danke danke direkt eine drüber geschaut wow back here da unten hockt er der kleine Insel da oder? wo? ja da hockt er ich komm zu ihm er ist schon tot oh schade auf dem Dach da ist noch einer an Schornstein ne zwei ach du bist ja eh da drüben ach der hat nen Rocket Launcher was für ein Triumph was für ein Triumph was waren die zwei ja fast Stufe 13 hier aber möchte ich Klimbinnen gemacht aber möchte ich Klimbinnen gemacht ich liebe diesen Arcade Modus der ist echt geil der Arcade Modus der ist echt geil der Arcade Modus könnte man schon fast so ne Streamsache nach dem LP draus machen ein paar Runden Arcade he? ja weil anscheinend kommen ja immer wieder neue Maps dazu ja why not dann mal auf die Karte schauen das nächste ist da ist ein Convoy das ist auf jeden Fall eine ganze Menge Zeugs das hat irgendwie gut zu tun ja ich würd sagen Richtung Lamp of God Kirche ja auf den Arsch oh ha 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 kultisten losgeworden bist schade dass die ms 16 noch nicht entsperrt ist eigentlich mit widerstandsstufen gemacht sieben tausend 200 für das kerab alte flamme gut da gibt es den nächsten paar zu dieser kirche darüber bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020